herzlich willkommen bei guido ludwigs hypnose und meditation schön dass du eingeschalten hast hier zu einer geführten meditation die dich in den schlaf bringen heute geht es darum dich in die innere tiefe stille zu führen dass du beruhigt und ganz ruhig in den schlaf übergehen kannst wenn du selber in einer transformation steckt wenn du veränderung bist suchst nicht weißt wo du hinkommen kannst wie der weg ist dann geh gerne auf www guido-ludwigs.de und tag dich ein für ein unverbindliches gespräch und lass uns beide herausfinden wie ich dir helfen kann du kannst doch gern die seite besuchen und sehen es gibt kostenlose downloads es gibt einen shop in dem du die hypnosen erwerben kannst lass dich einfach überraschen besuch einmal die webseite und jetzt lass uns hineingehen in die meditation du kannst aufrecht sitzen oder liegen so wie es dir bequem ist legt deine hände bitte bewusst nieder und wenn du möchtest kannst du deine augen schließen wir spüren wie der formlose luftsturm des atems an unserer nasenspitze kommt und geht und dabei lassen wir alle gedanken alle emotionen und geräusche einmal ruhen wir haben gedanken wir haben emotionen und dinge die uns etwas ausmachen noch jetzt und hier in diesem moment dann dürfen wir sie einmal ziehen lassen wir wollten am himmel gedanken sind eine form von energie und die kommen und wieder gehen wie wolken wir schenken ihnen die aufmerksamkeit machen die geschichten daraus gehen ihnen nach und entwickeln emotionen noch hier in dieser meditation wirst du dir nun immer mehr bewusst deine gedanken wie sie kommen und wie sie wie wolken davon ziehen wenn du sie einmal nur beobachtest und in der stille verweist stille in dir das ist der ort an dem es keine zeit gibt und ob es ein ort ist das mag niemand genau verstehen stille ist und von diesem von diesem gedanken tritt sie ein in den raum der in dir entsteht stille ist und tiefer und tiefer in den raum der ohne antwort entsteht einmal nicht dem folgen was frage und antwort ist einmal nicht dem folgen alles zu durchdenken einmal die unordnung zulassen nur jetzt und hier einfach einmal absenken ruhig werden und ankommen und ankommen stille ist und sinke tiefer und tiefer und tiefer wir sitzen an einem bach blicken über die wiese hinweg die vor uns liegt wunderschöne libellen fliegen über all das hinweg sie sind so bunt und farbig stelle ist und mit jedem mal dass ich das sage singst du tiefer und tiefer bist du mehr und mehr in die tiefe entspannung in den raum in dem stille herrscht in dir tiefer und tiefer und der atem kommt der atem geht und bemerke auch zwischen jedem atemzug diesen kleinen moment der stille auch dieser führt dich tiefer und tiefer in den raum der ruhe und des friedens stelle ist stille der bach fließt ganz ruhig dahin kein verbessern kein beurteilen nur ein wahrnehmen wunderschöne blumen blau gelb rot sie bedecken diese riesige wiese du bist ganz tief gesund in der stille stille ist und tiefer und tiefer gestern wo glaubst du auf hole vor du hier in dir breitet sich jetzt eine harmonie aus ein wohlgefühl Stille ist und diese Ruhe durchflutet ein ganzes Sein. Zulassen, den Bach einfach fließen lassen, ganz tief im Vertrauen sein, spüre, wie sich dein Bauchgefühl entspannt, die negativen Gefühle in dir vergehen, kein Widerstand, keine Ablehnung, die Stille, die Ruhe und die Harmonie breiten sich in dir aus. Ein wunderschöner Platz, die Sonne scheint, es ist angenehm warm und du bist tief in den Frieden, Friede mit dir, einfach nur das, was vielleicht dir im Argen liegt, was dich herausfordert, einfach loslassen, einfach so sein lassen, wie es ist. Stille ist und wir gehen noch tiefer. Ein Blatt schwimmt auf der Oberfläche des Wassers, wird getragen von dem Bach. Immer weiter und weiter, bis wir es nicht mehr sehen können, tiefer innerer Frieden. Stille ist ausbreiten lassen, Frieden sein, Ruhe sein. Sollten Gedanken, Herausforderungen oder Geräusche aufkommen, so sind sie ein Zeichen, dass du noch viel tiefer noch viel tiefer gehen kannst. Stille ist und Tiefgehen. Einfach da hineingehen in den Raum, der entsteht. Freiheit. Entspannung. Du bist gut, so wie du bist. Du bist sicher und in Sicherheit. Stille ist. Nicht den Gedanken einfach fallen lassen. Spüre, wie die Defizite sich in dir ausgleichen. Wie dieser Anspruch einmal weichen darf. Du musst nicht anders sein. Du musst nicht besser sein. Du musst nicht besser sein. Du musst nicht erreichen wollen. Einfach in dem Raum bleiben. Stille ist und tiefer sinken. Ja, spüre es in dir. Mit jedem meiner Worte bist du mehr und mehr im Frieden. mehr und mehr im Ausgleich. Und du spürst ganz tief in dir, dass das Liebe ist. Tiefe und befreite Liebe. Ohne Absicht und ohne Zehe. Stille ist und ausbreiten. Ganz weit ausbreiten. Dann gehst du nun immer tiefer und tiefer in den Schlaf. Mit jedem Stille ist, kannst du dich mehr und mehr fallen lassen. Kannst du mehr und mehr den Raum in dir wahrnehmen. Vielleicht sitzt du einfach an diesem Bach. Blickst auf diese wunderschöne, bunte Wiese. Bist gut so, wie du bist. Und im Frieden und im Reinen mit dir selbst. Stille ist. Stille ist. Stille ist. Tief sein. Stille ist. Stille ist. Tief sein, Frieden sein. Stille ist. Wo diese Worte herkommen in dir, da ist dein Selbst. Geh einfach immer tiefer. Vertraue dich den Geräuschen des Baches und der Geräusche an der Wiese an. Einfach fallen lassen. Einfach Frieden sein. Tiefelassenheit. Stille ist. Stille ist. Tiefelassenheit. Geh in den Ausgleich. Wunderbare Gelassenheit. So tiefer Ausgleich. Du wirst in deinem Schlaf so eine wunderbare Erholung haben. Die Schwingung der Entspannung in dir. Löst all die Konflikte. Sie unterstützt die Heilung, da wo sie wirkt. Und lässt Heilung da entstehen. Stille ist. Stille ist. Einmal kein Anspruch. Kein Müssen. Stille ist. Stille ist. Stille ist. Stille. Stille ist. Dein Brustkorb hegt sich. Dein Brustkorb senkt sich. Mit jedem Atemzug. Und auch zwischen jedem Atemzug liegt dieser kleine Moment. Stille. 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 Auch hier kannst du jederzeit eintreten in die Stille und in den wunderbaren Ausgleich in mir. Tiefe gehen. Tiefe gehen. So sein. Tiefe gehen. Tiefe gehen. Ich bin gut. So sein. So wie ich bin. So wie ich bin. Ich darf so sein, wie ich bin. Ich bin Ruhe. Ich bin Liebe. Ich bin entspanntes Sein. ganz perfekt. Ich bin die Hauszeit. Ich bin der Schlaf. Ich bin vollkommen so wie ich bin. Ich bin vollkommen so wie ich bin. gehst Du mehr und mehr in Deinen Schlaf. Bist Du die Erholung, die Du so dringend brauchst. Du darfst der Schlaf sein. Du darfst die Ruhe sein. Du darfst die Erholung sein. Einfach zulassen. Einfach vertrauen. Mehr und mehr. Im ruhigen Schlaf. Friedliche Stille in Dir. Lass die Geräusche Dich begleiten. Immer weiter in den Schlaf. Die Stille ist. Schlafen. Ganz fest und tief. Liebe in allem. Danke. Danke. Das war. Danke. Jaz hauen. Danke. Maile Kieler. Das war. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.